Herzlich willkommen zurück zu Zombie Driver HD. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das war gerade ein riesiges Mega-Zombie-Mutanten-Pflanzen-irgendwas-Mischmasch-Mutationswesen gewesen. Ein kleiner Bossgegner und anscheinend nicht der Finale. Obwohl er gar nicht so einfach war, dadurch, dass er sich regeneriert hat. Hat aber doch ganz gut geklappt und eigentlich hören wir schon die letzten C-Missionen immer am Ende. Dass es eigentlich gleich zu Ende ist, aber es geht immer weiter. The never-ending story. The bomb has been placed in the city park. We are evacuating all military personnel from the blast radius. But we can't take you with us, son. It was good knowing you. Fieser Sack. Tja, wir sind hochgradig infektiös erkrankt. Wir kommen trotzdem aus der Stadt raus, bevor die Atombombe sich zündet. Hoffe ich. Ich vermute, es läuft auf Zeit. Ja, es läuft auf Zeit. Alles klar. Das ist natürlich fies jetzt. Dass es auf Zeit geht. Und dass wir hier gerade schon so viel Schaden genommen haben. Wir haben ja gar nicht die Möglichkeit... Okay, Map schauen kann ich jetzt knicken. Ich muss versuchen, die Grünen nicht treffen zu lassen. Ach, Schande. Ja, das werden wir auswendig lernen müssen, wo hier die Heilung ist. Das wird knifflig werden. Ja, den nehmen wir mit. Sehr gut. Wuhu. Shit. Fuck. Nein, da ist er zu. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Aber gut, du startest im Programmierer. Nein. Nein, jetzt hängen wir hier. Oh, ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es ja nicht. Oh, Mission Fail. Hahaha, alles grün. Okay, let's try again. Was, ihr nehmt mich nicht mit? Ihr habt mich verraten. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ich erkrankt bin an der Katze, die uns gebissen oder gekratzt hat. Ich weiß nicht mehr genau. So. So. Ring, 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 ring. Das regnet gelb, was wir nicht mehr brauchen. Oh. Ah, die Grünen sind ein Problem. Die sind ein Riesenproblem. Ah, hängenbleiben. Das ist fatal in diesem Moment. Gab's den den Boost? Gab's den nicht hier irgendwo? Die hast du die Heilung. So, da gehen wir jetzt nicht lang. Pumpstraße. Schande. Schande. Gosh. Nein. Shit, wir sind auch ein bisschen falsch gefahren. Ja, äh, da Heilung holen geht jetzt nicht. Nicht so kurz vorm Ende. Ja. Lasst mich durch. Oh, drei Sekunden. Fahre ich da nochmal gegen die Mauer? Das war verdammt knapp. Aber hallo. Ich glaube, wir haben das Spiel durchspielt. You are the city. Have a nice day. Gravoo. Nuclear Warp. Atomexplosion. Ja, aber wir sind infiziert. Ist sowieso scheißegal, dass wir die Stadt gelassen haben, ne? Ja gut, scheißegal nicht, weil dadurch werden wir zum Zombie. Das Spiel hat kein Happy End, weil wir für breiten in der Rest und Welt den Zombie-Virus. Ja, finde ich ganz nett gemacht. Hat also kein Happy End, das Spiel. Aber cool. Cool, cool, cool. Fazit. Geile Action. Was ein Gemetzel. So blutig habe ich, glaube ich, noch nie ein Spiel gesehen. Und ich habe viele Splatter-Spiele gespielt. Ähm, das ist schon ganz schön blutig. Dann sauschnell. Die Mucke immer sehr spannend gemacht. Für eine Solo-Kampagne für einen Top-Done-Shooter. Auch genial groß. 31 Missionen ist toll. Finde ich super. Und ich habe keine Ahnung, was mit dem Multiplayer ist. Der interessiert mich aber auch meistens nicht. Das ist das ja. Ich bin ja ein Solo-Spieler. Aber vielleicht hat man da das eine oder andere Spaß auch noch mit ein paar anderen Kumpels zusammen rumzuheizen. Ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, ein cooles Spiel. Definitiv Daumen hoch und hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Euer Chojin.